Wie schwer kann das sein? Dann kann sie nicht mehr lange aufhalten. Noch einen Moment. Halt sie von mit fern. Oh nein! Wir sind Christian. Wir sind so gut. Wir sind so gut. Bist du okay? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Aua. Ja, dann... Na, fisch doch. Oh, du bist. Oh, Bitch. Nur einmal der Vollständigkeit halber. Ja, danke. Nur Trees, hallo. Und Panzai, hallo. Herzlich willkommen. Es tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen kurz angebunden bin. Das ist jetzt, glaube ich, Versuch Nummer 4. Und das ist echt die Hölle. Das ist gerade echt die Hölle. Das ist gerade die Hölle. Ich übernehme die Falle. Halt du sie auf. Da sind doppelt so viele von Ihnen. Die Zeit zum Beschwerden. Die Zeit zum Beschwerden. Die Zeit zum Beschwerden. Das ist gerade die Zeit zum Beschwerden. Das ist gerade die Zeit zum Beschwerden. Es ist so unfassbar unfair, oh mein Gott. Aber seit gestern nur dreimal gestorben. Ich meine, ein oder zwei Tode haben wir vergessen. Ein Tod haben wir, glaube ich, vergessen. Ist dein Spiel heute lauter? Das kann sein. Aber es kann auch gerade an der Szene liegen, dass die halt wesentlich lauter ist. Hast du einen Rat oder was mit dir? Der Monster King Hardy. Nochmal erneut gestorben. Ja, ich weiß, ich brenne jetzt selber. Ist mir doch gerade echt ein bisschen egal. Ja. 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 Au. Hör doch auf mit der Scheiße hier. Mann. Lauf. 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 Jo, mach das ein bisschen. Also, viel, viel Spaß. Die Schrot in Horror Games ist so geil. Ja. Wenn sie denn mal funktioniert. So. So. Bevor ich da unten trigger. Einmal am Ohr kratzen. Und warten. Ein bisschen Heilung, bitte. Ich hab halt nur noch zwei Schuss. Das ist nicht so geil. Jeden schießt… Papa macht den Mund weg. Ich bin bereit genug, man muss sich zu cuferisch ausreden. Kinosasin! Schmann 1989 Es gibt aber zu wenig Muni dafür! Ich übernehme die Vollzüge. Oh ja, das war klar. Das war so klar. So, ein Tod ist übrigens immer noch offen. Ich kann sie nicht mehr lange aufhalten. Noch einen Moment. Halt sie von mir fern! Fertig sind. Das war's für heute. So, was bist du denn jetzt für einer? Buchs neu. Ja, schön mit reingekriegt. Sehr gut. Ging das jetzt schneller als davor? Ging das schneller als davor. Uh-uh. Ging das schneller als davor? Ja. Wie zur Hölle konntest du das überlegen? Ich übernehme die Falle. Halt du sie auf. Da sind doppelt so viele von denen. Wenn du Zeit zum Beschweren hast... Ja. 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 Meine Güte, hör auf mich zu beißen. Exakt. Sebastian los jetzt. Ja. Ja. Lass mich durch. Lass mich durch. Bitte! Bitte! Lass uns kurz ausruhen. In dem Tempo halten wir das nicht durch. Ich denke, wir sollten so schnell wie möglich von hier verschwinden. Ach. Was ist mit dem Turm da? Von dort hätten wir eine gute Sicht. Alles ist besser, als hier zu bleiben. Schmann 1989. Arschknappe Sache. Ja. Oh, ein Sniper. Aber sowas von arschknapp. Sowas von arschknapp. Wie lange werde ich hier noch gebraucht? Ähm. Ich warte mal eben, bis ich wenigstens da unten bin. Schmann 1989. Bin ja nicht der Snipertyp. Ich treffe mit dem Ding nichts. Ich auch nicht. Ich glaube, es ist wieder unser Safe-Spot. Es ist nicht so... Ich hab keinen Schlüssel. Äh. Es ist nicht so komisch wie beim letzten Mal. Ja, der Spieger ist auch wieder da. Sehr gut. Äh. Äh. Okay, wir haben kein neues Missing, wir haben keine neue Zeitung. Hier ist auch alles beim Alten. Oh, Mann. Ey, aber die Szene gerade, die war ja mal mega beschissen.